Es kann ja nicht alles das nächste Apple werden, es kann nicht alles das nächste Facebook werden, das nächste Instagram, aber es gibt jeden Tag Versuche zu werden und das finde ich halt so spannend, interessant zu verfolgen und deswegen vergleiche ich das halt so gerne mit dem Internet früher, weil wie gesagt, genau diese Technologie, die wir jetzt haben, mittlerweile ist es so das neue Internet einfach. Ach ja, wir haben die Hypephase gehabt Metaverse, dann haben wir die Hypephase gehabt, Krypto sowieso schon ewig, was immer daran mit dabei hängt, als Kryptowährung etc. pp., dann haben wir die Hypephase NFTs gehabt und jetzt sind wir gerade so in AI, also künstliche Intelligenz. Aber das Ganze gehört zusammen, man darf das nicht einzeln sehen. Herzlich Willkommen liebe ViviFerm, heute gibt es mal ein, ja würde ich sagen, anderes Video, denn heute habe ich mal einen Podcast aufgenommen mit jemandem aus einem NFT Space, beziehungsweise aus einer anderen Bubble, sage ich jetzt mal, wo wir überwiegend wahrscheinlich nicht so ganz drin sind, aber da der Space relativ groß ist und auch viele interessante Projekte es da draußen gibt, außerhalb von Vivi, habe ich heute einfach mal gedacht, lade ich mir einen Gast ein, der uns heute einfach mal so ein bisschen das Ganze aus einer anderen Perspektive zeigt und vielleicht das ein oder andere Projekt dem ein oder anderen auch mal zeigen kann und näher bringen kann. Und deswegen kann ich an dieser Stelle auf jeden Fall erstmal dich nur begrüßen, Sebastian, herzlich Willkommen und vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ja, ich danke dir. Für alle, die es nicht wissen, wir haben jetzt in letzter Zeit ein bisschen hin und her geschrieben, sind gegenseitig auf uns aufmerksam geworden und ja, es war erstmal schwierig, richtig Zeit zu finden, dass wir das jetzt hier schaffen, aufzunehmen, aber umso schöner, dass es jetzt geklappt hat. Ja, und ich freue mich auf einen Austausch mit dir und ja, um auch, um mehr zu erfahren von dir persönlich und ja, auf, also gegenseitig mal so die Communities zu sharen, denn ich sehe das mittlerweile genauso, wie du es eigentlich sagst, ne. Das Ding ist, wir sind immer so in der eigenen Bubble und es gibt so viele Sachen, was eigentlich schon, also was ja schön ist, dass es zu viel gibt, aber man geht selten so aus seiner Bubble raus oder blickt nach links und rechts, obwohl ich das echt schon versuche. Aber deswegen freut es mich, dass wir das heute mal geschafft haben und ja, vielleicht machen wir den einen oder anderen aufmerksam auf dich, auf mich und ja, führen also das eine oder andere zusammen. Exakt und für alle diejenigen, die auf jeden Fall Interesse haben, wir werden auch nur noch einen zweiten Part hochladen, einmal bei Sebastian auf seinem Kanal, werde ich natürlich auch unten einmal verlinken. Dort sozusagen einmal genau das Gegenspiel für die Leute, die es auf jeden Fall interessiert, könnt ihr euch das gerne dort dann auch nochmal anschauen. Ansonsten, wie gesagt, schaut auf jeden Fall sehr gerne auch beim Sebastian auf dem Kanal vorbei, schaut euch das eine oder andere Video mal an und in dem Sinne würde ich auch sagen, starten wir, würde ich sagen, auch in dieses Interview einfach mal ganz kurz rein. Als erstes ist es glaube ich erstmal ganz spannend zu wissen, Sebastian, wer bist du denn eigentlich und seit wann machst du denn jetzt eigentlich YouTube gerade? Also zum einen, ich bin Content Creator und habe angefangen mit in den NFT Space reinzugehen, als so die Hypephase war. Das war so Ende 21, Anfang 22 und habe mich mit Projekten auseinandergesetzt mit der Technologie NFTs und irgendwann habe ich dann relativ früh erkannt, dass mir so das fehlt, was ich persönlich gerne überall mag und das ist eine Informationsquelle zu haben, wo ich mir täglich irgendwie Updates ziehe. Ich komme tatsächlich so ein bisschen aus dieser Schiene dann Finanzen, Wirtschaft und was mich interessiert hat, bin dann auf Krypto aufmerksam geworden und dann halt irgendwann auf NFTs. Und irgendwann dachte ich mir, mir fehlt genau diese Information, die ich sonst überall habe im NFT Space und dann dachte ich mir, okay, ich höre gerne Podcast, ich schaue eigentlich gerne YouTube, um mir Informationen zu ziehen. Dann, wenn es da fehlt, probiert es doch einfach mal selber aus. Und so habe ich dann quasi 22, im April 22, am 12. April war es, die erste Podcastaufnahme gestartet und habe das dann gleichzeitig auch auf YouTube geshared, denn das ist zwar ein Mehraufwand, aber kein großer, obwohl der Content halt schon da ist, sodass ich dann halt die Podcast, also bei mir kann man sich das Ganze vorstellen, der YouTube-Kanal, mittlerweile hat YouTube sogar gemacht seit diesem Jahr, dass sie auch eine Podcast-Funktion integriert haben, dass ich quasi den Podcast, den ich täglich aufnehme, also der läuft von montags bis freitags, samstags sogar noch eine Sonderfolge, ein News-Format, wo ich dann quasi die ein oder anderen Sachen vorstelle, themenbasiert, News im Web3-Bereich und das Ganze share ich dann halt auch auf YouTube, sodass man sich da auch noch anschauen kann, anhören kann in dem Fall und ich habe tatsächlich in der Anfangszeit auch noch Projekte vorgestellt auf YouTube. Mittlerweile bin ich da ein bisschen von weg, weil ich sehr viele andere Sachen habe, die mit dem Ganzen einhergekommen sind und das so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Aber ja, so angefangen mit dem Ganzen war dann April 22. Was ist denn, wir sind jetzt schon sehr aktiv, so auch was das Thema NFTs angeht, reingekommen und du hast auch schon gesagt, dass dich das auf jeden Fall auch begeistert. Was ist denn der Punkt, wo du sagst, okay, das ist genau der Punkt, der mich an NFTs einfach wirklich catcht und wo du sagst, okay, deswegen unterstützt du das Ganze und deswegen machst du auch diesen Content? Ja, also am Anfang war es natürlich so, dass mich das Ganze, glaube ich, wie jeden einfach diese Hype-Phase so gepackt hat und ich mag es einfach, wenn ich mich mit was beschäftige, so ein bisschen deeper zu gehen, weil ich immer gerne wissen möchte, wieso das ist, warum ist das so, also aber auch nur bei Sachen, die mich interessieren, weißt du, weil ansonsten bin ich so ein bisschen so gepolt, dass ich für eine Sache, die ich gerne mache, brenne. Und wenn ich irgendwas merke, das interessiert mich nicht, zeige ich großes Desinteresse, das meine ich gar nicht, auch böse, auch das passiert mir leider auch manchmal in Gesprächen, wenn ich dann in einem Gespräch bin und ich merke, das gibt mir gerade null Mehrwert, dann zeige ich das leider, obwohl ich das gar nicht böse meinte, so als Reaktion, eigentlich will ich hier weg und ich kann gerade jetzt was Besseres machen, so gefühlt. Und so ist es dann auch bei NFTs gewesen, dass ich mich mit der Technologie beschäftigt habe, als ich von NFTs das erste Mal gehört habe und dachte mir so, okay, krass, das ist eigentlich mehr als nur Bildchen, das ist mehr als nur irgendwie Scam, Betrug oder irgendwie Spekulation und habe mich dann tatsächlich mit der Technologie beschäftigt und dann natürlich auch in der Hype-Phase mit den ein oder anderen Projekten, und mittlerweile sehe ich das Ganze so, weil ich das auch wirklich tagtäglich begleite und wirklich tagtäglich geupdatet bin, was wirklich so in der Web3, im NFT-Space und auch allgemein passiert, dass ich mittlerweile die Technologie sehe als quasi neue Revolution im Web3, im Internet, ja, also man kann sich das Ganze so vorstellen, so das Internet 1998, so, das kannte keiner und das war für alle, wofür brauche ich das so, ne, ich habe doch alles und heutzutage ist es einfach so der Next Step, so, wir besitzen im Internet nichts, ne, ich vergleiche das Ganze mal, ich meine, wenn wir gleich auf dein Projekte kommen, ist da vielleicht das ein oder andere so dabei, aber ich komme zum Beispiel so oder habe vorher so viel gezockt, also wir kommen so aus der FIFA-Schiene, habe relativ viel FIFA gezockt, war da auch sehr tief drin, so ein bisschen in der E-Sports-Szene und da war es dann jedes Jahr so, dass du, wie viele vielleicht das kennen, Zuhörer, wir gehen jetzt so in die Phase wieder rein, wo das Neue kommt, jedes Jahr neu Geld einstecken musst, um auch gut dabei zu sein und um an dem Spiel Spaß zu haben, was EA, also EA Sports, der Ableger von FIFA, natürlich 20% der jährlichen Einnahmen generiert und NFTs bieten halt die Möglichkeit, dass du einen Besitz an solchen Assets hast, also man könnte das beispielsweise integrieren in so ein Spiel und du würdest quasi auch eine Limitierung, aber einen Besitz dieser Karte haben und könntest die auf einem Transfermarkt wie da, das muss nicht Echtgeld sein, aber du könntest diese handeln und das wären trotzdem deine und im nächsten Jahr hättest du die Möglichkeit, die wieder mitzunehmen, ja, vielleicht werden die seltener, vielleicht nicht so selten, ja, man kennt das von Pokémon-Karten früher, je älter die werden, desto seltener und begehrter werden die und so ist das Ganze eigentlich auch mit dieser Technologie jetzt nur mal in so Spieleablegern gesehen. Es gibt noch viel, viel, viel weitere Sachen wie Bürokratie und Dokumente, die man mittels digitalen Echtheit-Nachweis zertifizieren kann, also wie gesagt, man merkt oder wie ich es jetzt einfach sage, so, diese Technologie, dieses Feld bietet so viele Möglichkeiten, was jetzt teilweise aufgrund der Benutzerfreundlichkeit einfach noch nicht gut ist und schön ist für viele, aber langfristig bin ich der Überzeugung, dass sich das durchsetzt und deswegen habe ich dann einfach so diese Faszination NFTs entdeckt. Aber das ist tatsächlich echt spannend, weil ich benutze sehr gerne auch immer dieses Beispiel mit FIFA, weil das ist halt wirklich einfach, finde ich persönlich, was mit einer der besten Beispiele, die man bringen kann, weil mich persönlich, also ich habe jetzt nie FIFA gespielt, aber es ist halt trotzdem ultra nervig oder ich kann es mir eigentlich nur ultra doof vorstellen, wenn du dir irgendwie, weiß ich nicht, 1000 Dollar oder sowas in das FIFA 22 reingesteckt hast und dann sagt FIFA, ja, wir bringen jetzt das 23 raus, alle deine Freunde spielen nur noch das 23 und du stehst da irgendwie so da mit deinen 1000 Dollar invested ins 22 für irgendwelche Spieler und denkst dir so, ja, cool, ich würde jetzt aber gerne eigentlich lieber 22 weiterspielen, weil ich hier so viel rein investiert habe auch. Das ist halt, finde ich, ein sehr, sehr gutes Argument. Was sind denn aber Projekte, die du so prinzipiell, unter anderem auf deinem Kanal auch so besprichst oder auch was das Thema Web3 angeht, was sind das da für Themen so in etwa? Ja, also tatsächlich war es am Anfang so, dass ich in dieser Hype-Phase natürlich sehr viele Projekte, die für mich natürlich auch neu waren, vorgestellt habe damals zur YouTube-Zeit. Das waren so Sachen wie zum Beispiel Steppen, also jeder ist rausgegangen, war laufen, konnte damit quasi Krypto verdienen. Also das waren so Projekte, die ich vorgestellt habe, dann natürlich die ersten Einstiege von Adidas, von Nike, also quasi große Brands, Porsche, die quasi reingegangen sind und so sich versucht haben in dieser neuen Welt, in dieser digitalen Welt. Und gerade weil es natürlich auch viele dadurch angezogen hat oder viele diese Marken kennen, waren das natürlich so Schwerpunktneben, die ich früher auch auf YouTube gerade so zu Beginn vorgestellt habe. Mittlerweile ist es ganz klar so, dass mein Schwerpunkt eher auf den Updates und News von allem liegt. Ja, also wie gesagt, ich bin in dieser, dass ich sage, das passiert jetzt gerade da mit der Technologie, wir haben da den Fortschritt, wir haben da den Fortschritt. Auch wie Vorschriften zum Beispiel, was tut sich gerade in Europa, auf der Welt, da ist gerade so viel in Bewegung, was möglicherweise Verbote mit sich ziehen kann, neue Regulierungen. Und ich versuche dadurch, dass ich diese News mache, immer auf neue Projekte einzugehen. Ja, also wir sehen jeden Tag Projekte und die Leute gerade auch, es ist immer noch so, auch wenn es weniger geworden ist, aber wissen eigentlich gar nicht, wo sie anfangen sollen, verständlich. Und ich will einfach dazu beitragen, dass Leute nicht über den Tisch gezogen werden, möglicherweise einfach auch die Informationsquellen bekommen, wo sie sicher sind. Denn wir kommen ja gleich auf Vivi, aber in der allgemeinen Kryptowelt und so und in dieser Welt, wo wir das gerade sehen, passiert jeden Tag irgendein Scam, also Betrug. Und das ist so auch so mit das, was ich den Leuten mitgeben möchte. Und ja, diese reine Projektvorstellung, dass ich sage, ich habe jetzt ein Projekt oder mehrere Projekte, die ich vorstelle, ist gar nicht mehr so da. Wir haben einen eigenen Discord, wo mittwochs immer um 20 Uhr ein Call ist, wo wir Projekte vorstellen. Denn ich streame auf Twitch mittlerweile oder regelmäßig, da stelle ich mal Projekte vor in einer halben Stunde, wenn das morgens im Podcast nicht dabei ist, auf die ich selber aufmerksam geworden bin. Oder Projekte, in denen ich selber investiert bin zum Beispiel oder mich interessieren wie Yuga Labs, wie Animoca Brands, Mokaverse, Porsche. Das sind alles so Sachen, Nike, Adidas. Da berichte ich immer mal wieder drüber oder mache Updates mit der Community. Aber ansonsten eigentlich immer relativ neue Sachen, die anstehen, weil mich das einfach interessiert, was passiert Neues, was kommt Neues. Ich weiß nicht, ob du das letztens mitbekommen hast, aber zum Beispiel Coinbase, die große Kryptobörse, hat eine neue Blockchain rausgebracht. Da lief dann eine On-Chain-Summer-Aktion, da gab es dann Friend.Tech, also eine Art neue Social-Media-Plattform, wo du quasi antizipieren konntest mit deinem Content-Creator, mit begehrten Influencern. Du konntest quasi Anteile davon kaufen, verkaufen, alles so neue Projekte, die mit der Technologie kommen. Und das ist eher so das, worauf ich mich mittlerweile so spezialisiert habe und die Leute einfach mitnehmen und abhole. Also übrigens, ganz kurz für alle Sachen, die jetzt Sebastian auch erwähnt hat, die Links übrigens auch zu Twitch und so weiter, findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten muss ich auch sagen, finde ich es einen sehr, sehr interessanten Part, den du halt auch machst auf YouTube. Weil du halt jetzt dich nicht nur auf ein Projekt fokussierst, sondern halt wirklich die ganze Bandbreite einfach mitnimmst. Ich persönlich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich persönlich wäre das viel zu viel. Weil, wie du schon sagst, es kommen halt täglich irgendwelche neuen Projekte raus und man weiß dann nicht, okay, ist das jetzt ein Scam oder nicht. Und ich würde auch schon dazu zendieren zu sagen, dass viele Projekte, die rauskommen, sage ich jetzt mal so, entweder sehr, sehr schlecht aufgebaut sind oder teilweise auch Scams sind. Und da natürlich dann auch irgendwie so jemanden zu finden, der einem dann auch Informationen einfach relativ schnell und auch kompakt dann einfach liefert, findet man einfach nicht so schnell. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, wie viele Scams oder Mistprojekte so einen Durchschnitt gibt von 100 Prozent. Was würdest du da sagen? Also das ist schwer zu sagen, aber ich würde sagen, wie gesagt, wir sehen eigentlich jeden Tag neue Projekte, die kommen. Also ich meine jetzt, wie gesagt, in der Hype-Phase letztes Jahr war es noch mehr. Und davon ist, also 99 Prozent der Projekte werden wir in Zukunft wahrscheinlich gar nicht mehr sehen. Was ich aber einfach so faszinierend finde, ich will jetzt nicht sagen, so jedes Projekt, das Scam quasi darstellt oder Betrug ist, ist jetzt erstmal darauf aus, quasi Cash Grab, also quasi den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern sie probieren, wie jetzt zum Beispiel auch dieses Beispiel Friend.tech, eine neue Art von Social Media, diese Technologien, die es gibt, neu zu interpretieren und umzusetzen. Und dass das natürlich nicht das nächste, oder es kann ja nicht alles das nächste Apple werden, es kann nicht alles das nächste Facebook werden, das nächste Instagram, aber es gibt jeden Tag Versuche zu werden. Und das finde ich halt so spannend, interessant zu verfolgen und deswegen vergleiche ich das halt so gerne mit dem Internet früher, weil wie gesagt, genau diese Technologie, die wir jetzt haben, und ich nenne das eigentlich schon gar nicht mehr, deswegen decke ich mittlerweile alles ab oder versuche alles abzudecken, denn mittlerweile ist es so, das neue Internet einfach. Ja, wir haben die Hype-Phase gehabt, Metaverse, dann haben wir die Hype-Phase gehabt, Krypto sowieso schon ewig, was immer daran mit dabei hängt, als Kryptowährung etc. pp. Dann haben wir die Hype-Phase NFTs gehabt und jetzt sind wir gerade so in AI, also künstliche Intelligenz. Aber das Ganze gehört zusammen. Man darf das nicht einzeln sehen, sondern das Ganze baut aufeinander auf. Wir sehen immer mehr Tools. Ich hatte gestern eine Nachricht über Animoca-Brands gehabt, die bauen jetzt ein neues KI-NFT-AI-Tool, wo du quasi Lehrern und Hochschulstudenten die Möglichkeit gibst, dass quasi Lernerfahrungen für Kinder gebaut werden durch AI. Also ich weiß nicht, ob der eine oder andere mittlerweile diese Text-zu-Bild-Generatoren kennt. Da kann man ganz einfach einen Text eingeben und die KI, die künstliche Intelligenz, erstellt dir innerhalb von fünf Sekunden ein Bild, was du quasi eingegeben hast, ja, aus verschiedenen Daten. Und die Mooka-Brands macht das Ganze jetzt so, dass sie quasi ein Spiel komplett entwickeln aus ihrem Datensystem. Sie haben 250.000 Spiele zusammengefasst und du gibst quasi einfach was ein. Ich will jetzt dieses Thema für mein Kind, das soll irgendwie lernen, wie es quasi Mathe rechnet und dann erstellt diese KI dir ein Spiel und dieses Kind soll dann quasi dieses Spiel spielen, was dann den Background hat, dass es dadurch eine Lernfunktion hat, was so eingegeben ist, ja. Das ist so neu. Das wird kommen. Denn und dann, wie gesagt, das Ganze wird dann mit digitalen Assets in Form von, wenn das Kind quasi was Gutes schafft, kriegt sie ein NFT. Das ist nicht handelbar oder so. Also es gibt es da nicht, deswegen sage ich ja, das wird nicht weiterverkauft, das Kind kann das nicht weiterverkaufen oder so. Aber es kriegt quasi so einen Echtheit-Nachweis so für immer, dass sie dieses Spiel bewältigt hat und das kann man dann wieder anders einsetzen. Das ist das, was ich so meine. Ich bin zwar in diese Welt, NFTs reingekommen, als Apes bei, keine Ahnung, über eine Million waren und alle nur noch Affenbilder haben wollten. Aber das Ganze ist mehr als das. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich mittlerweile da so tief drin bin, warum ich mittlerweile Online-NFT als Unternehmen gegründet habe und noch ein weiteres Unternehmen gegründet habe dazu, weil ich einfach von dieser Technologie überzeugt bin. Und ich glaube, das ist so das, was so meine Community ausmacht. Da sind sehr viele dabei, die sich mit neuen Technologien-Sachen, mit der Blockchain, mit NFTs auseinandersetzen, neue Projekte kennenlernen, wollen die ganz neu sind. Und ja, natürlich ist es bei mir auch so, wo man möglicherweise auch eine gute Einstiegsmöglichkeit noch hat. Aber mittlerweile ist es viel mehr als das geworden. Aber das ist echt sehr interessant. Also ich wusste das nicht mit Animuka Games. Und das ist ja, muss man auch ehrlich sagen, sehr, sehr spannend, wo das hingeht. Und zeigt ja auch im Endeffekt, dass es sehr, sehr, sehr viel mehr ist, als nur irgendwelche Affenbilder. Und zu diesem Punkt müssen wir auch einfach kommen, in der Gesellschaft meiner Meinung nach, dass man sozusagen nicht mehr, wenn man das Wort NFT hört, irgendwelche Affenbilder damit assoziiert. Sondern zum Beispiel genau solche Dinge, wie zum Beispiel eine Lernplattform im Prinzip, ist es ja dann für Kinder, die dadurch zum Beispiel dann halt, ja, bessere Mathe lernen können. Und durch zum Beispiel das Gift von einem NFT, das ist ja im Prinzip dann auch ein Belohnungseffekt. Wenn du das gut gemacht hast, bekommst du eine Belohnung. Im Endeffekt für unser Gehirn und auch für die gesamte Entwicklung sehr, sehr wichtig. Und von daher super spannend, wo das alles hingeht. Und deswegen, also meiner Meinung nach, NFTs sind nicht nur Bilder, sondern halt noch sehr viel mehr. Und wie du schon eben auch gesagt hast, AI und so weiter bieten dann natürlich auch noch mal so viel mehr Optionen für die Zukunft. Und ich gehe da absolut mit, dass das auch alles in irgendeiner Weise zusammenhängt. Eine sehr, sehr gute Sache auf jeden Fall ergeben kann in Zukunft. Safe, safe. Also ich möchte noch kurz ein, zwei Sachen so erwähnen. Ich weiß nicht. Hast du früher, bevor du mit YouTube angefangen hast, hast du, oder guckst du allgemein, guckst du Streams oder so? Hast du irgendwie einen Streamer oder so, den du mal gerne verfolgt hast, gerne verfolgst? Selten, ehrlich gesagt. Also ich bin... Irgendein Influencer, wo du sagst, ey, den verfolge ich, weil er inspiriert mich oder so, dass ich sage, der hat mich irgendwie auch zu YouTube gebracht und den schaue ich irgendwie auf YouTube ganz gerne. Irgendwie, keine Ahnung, hast du da irgendwas? Da müsste ich jetzt echt überlegen. Also ich habe, glaube ich, damals maximal, überhaupt mal irgendwie so Montana Black oder sowas geschaut. Ja, aber nimm mir da mal Montana Black. Guck mal, bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe mit... Also der ist mittlerweile so der größte Streamer Deutschlands und sogar letzten Monat, letzte Woche war er sogar weltweit. Nennt sich Elias Nährlich, Elias N97. Und er ist mittlerweile... Also diesen Jungen, den habe ich angefangen auf YouTube zu schauen mit 100 Followern auf YouTube. Mit 100 Followern. Und dann ist er, ne, man konnte ja dann auf Twitch, dann als er da mit 10, 100 Streamer hatte, konnte man ja immer so ein Amazon Prime Abo oder sowas da lassen, wo man die kostenlos unterstützen kann oder mit 2, 3 Euro. Und was ich einfach geil gefunden hätte, wenn ich damals irgendwie so einen Nachweis hätte, so ein... Ich will es jetzt gar nicht... Es wäre ein NFT, aber ich will es nicht immer NFT nennen, weil dieses Buzzword muss einfach mal, glaube ich, weg in Zukunft, ne. Weil das, glaube ich, einfach zu viel schon mitgemacht hat. Aber ich hätte mir so gewünscht, weil ich schon damals so diesen... Das so krass fand, was er gemacht hat und irgendwie mir so dachte, ey, der wird mal so der nächste große Star so im Influencer-Bereich, was er jetzt heute ist, ne. Und das hätte ich dann damals so gerne gehabt, wo ich mir denke, so, boah, ich hätte gerne jetzt so, auch wenn es nur so ein Flexen ist, ey, guck mal hier, schon mal 100 Followern habe ich denen irgendwie gefolgt und so, ne. Und hätte ich damals so ein NFT von dem vielleicht beispielsweise gehabt, was dann vielleicht auch heute noch krass wert wäre, wenn man es handeln könnte oder so. Aber damals einfach nur so vielleicht gehabt, wo ich sowas davon hätte. Das, glaube ich, wird in Zukunft einfach kommen. Hätte ich persönlich früher gerne gehabt und finde ich einfach cool, so, ne. Mega gute Idee. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, du bist der Erste, der das auch so mal reinbringt. Weil aus der Perspektive habe ich das, ehrlich gesagt, auch noch nie betrachtet. Also deswegen auf jeden Fall hier an meine Follower. Könnte auf jeden Fall gespannt sein. Ich denke mal, ich werde mir da auch mal was ausdenken in die Richtung. Weil das ist, ich finde es eine coole Idee einfach. Also wenn du halt einfach sagen kannst, hey, also sei es auch für dich selber halt irgendwie. Nicht nur so zum Flexen für andere, um zu zeigen, hey, ich war unter den ersten 100 bei Elias damals dabei, sondern halt einfach irgendwie für sich selber so ein bisschen als, wie soll man sagen, ich weiß nicht, als persönliches Sammlerstück oder sowas in die Richtung. Ah, genau. Mega. Also da kann man halt einfach super viel machen. Und persönlich, du hast ja gerade schon gesagt, das Wort NFTs ist für dich so ein bisschen auch schon zu verbraucht. Was wäre deiner Meinung nach ein Wort, was man stattdessen verwenden könnte? Das ist eine gute Frage. Tatsächlich erwischst du genau eigentlich den richtigen Zeitpunkt, denn ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber in den Staaten, ich denke mal, MrBeast ist dir ein Name. Ich denke mal, vielen Namen. Ich weiß gar nicht, ist er größter YouTuber? Ja, ist der größte, oder? Ich glaube, entweder größter oder zweitgrößter, aber auf jeden Fall zu den Top 3 oder sowas gehörte. Okay, also irgendwie, glaube ich, 160, 180 Millionen YouTube-Follower. Also der Mann, der hat es auf jeden Fall geschafft. Auf jeden Fall hat er die sogenannte Creator League mit ins Leben gerufen. Ja, das soll eine mit Influencern bestückte Liga sein, die verschiedene Aufgaben, Games bewältigen. Preispools, ca. 250.000 Euro, was an die Community ausgeschüttet wird und so. Und das Ganze wurde promotet, mit einer Eventagentur veranstaltet. Und man konnte für 20 Dollar, konnte man sich so ein Ticket holen, wo du dann, glaube ich, neben YouTube und Switch, wo die sich dann im Nachhinein bringen, wie bei Seven vs. White oder so, noch zusätzlichen Content generierst. Die Idee ist ja super, dass du quasi irgendwie was hast, wo du für 20 Dollar wie überall irgendwie zusätzlichen Content generierst oder irgendwie einen Closed Discord hast oder so. Und was diese YouTuber angeblich nicht gewusst haben oder jetzt sagen, was sie nicht gewusst haben, dass das Ganze auf der Blockchain basiert, diese Tickets. Also es sind NFTs im Endeffekt. Und als das diese, die YouTuber und natürlich auch dann die Leute, die sich das Ticket geholt haben, die hatten das schon. Das war nie ein Problem. Aber als dann quasi das Wort rauskam, dass das Blockchain-Crypto-NFTs sind, diese Tickets, dann war der Aufschrei groß und alle haben gesagt, das ist der größte Scheiß, den wir gesehen haben. Wir wollen nichts damit zu tun haben. Obwohl das keiner, das hat keinen Unterschied in dem Moment gemacht. Es wäre alles gleich gewesen, nur das Buzzword NFT hat alle so wirklich abgefuckt in dem Sinne, dass sie sagen, will ich nichts mehr zu tun haben. Und das zeigt mir aktuell leider, dass wahrscheinlich dieses Wort NFT, auch wenn die Technologie das ist, weil es heißt, der Non-Fungible Token, also dass du was hast, was einzigartig ist, was du nicht einfach austauschen kannst, wie ich gebe dir einen Euro, du gibst mir einen Euro zurück, ist das Gleiche, sondern das ist einzigartig. Und ich glaube, wie gesagt, auch wenn das so heißt einfach, dass dieses Wort ruhig ist, weil das einfach eine Phase gemacht hat, die einfach nicht gut war für den Bereich. Und ich muss dir ehrlicherweise sagen, ich kann gerade nichts dazu sagen. Wir haben schon sozusagen, wo viele gerade drauf gehen, ist Digital Collectible, also ein digitales Sammlerstück, was quasi ein Umgangswort dafür ist. Also das sind so Sachen, wo wir gerade sehen, man merkt auch, dass große Marken damit gerade hantieren. Ja, man sagt, das ist das nächste Digital Collectible, ein digitales Sammlerstück. Also das sehen wir gerade so. Marken versuchen, das zu umgehen, versuchen, das anders zu nennen, aber die Technologie bleibt gleich. Und ich glaube, dass wir das irgendwann, CEO von Coinbase hatte das jetzt auch letztens gesagt, es muss irgendwie was geben, wo es Leute eigentlich gar nicht mitbekommen, wie jetzt eigentlich auch. Und dass es dann trotzdem auf dieser Technologie basiert, aber dass ich jetzt so derjenige bin, der sagt, ich kann dir jetzt das Word geben, was sich jetzt in den nächsten 30, 40 Jahre durchsetzt, habe ich leider gerade auch keine andere Idee für. Das ist halt auch echt schwierig und meiner Meinung nach ist es halt auch, finde ich, muss glaube ich auch das Detail der Gesellschaft, die das halt so ablehnen, erstmal verstehen, dass halt ein NFT, beziehungsweise die Technologie dahinter, im Prinzip ja neutral ist. Weißt du? Also das ist ja im Prinzip, entweder du kannst was daraus Positives machen, also irgendeinen Scam basteln oder halt irgendwas Sinnvolles daraus machen und halt zum Beispiel einfach Dinge personalisieren oder halt einfach, sag ich jetzt mal so einzigartig im Internet machen. Und ich glaube, das ist halt etwas, was viele Leute bis jetzt noch nicht wirklich begriffen haben, wo halt dieser Unterschied liegt. Das ist genauso wie mit Atomkraft. Kannst du für Strom einsetzen, kannst du halt aber auch für Waffen einsetzen. Ganz einfach. Aber es ist halt immer abhängig davon, was der Mensch draus macht. Und ich finde, das ist mit MrBeast ein sehr, sehr cooles Beispiel und hat eigentlich so im Endeffekt bewiesen, dass es halt leider einfach wirklich dieses Wort ist, was noch so negativ behaftet ist. Wir haben jetzt zum Beispiel bei uns in der Community einen Content Creator gehabt, der hat gesagt, okay, hey, lass doch das Wort Dico, also D-I-C-O sozusagen einführen als Digital Collectibles im Prinzip, um dieses Wort NFT zu umgehen. Das Problem, was man natürlich dort wieder hat, ist, den Leuten dieses Wort nahe zu bringen und zu sagen, und ich glaube, das hätte man bei jedem anderen Wort genauso, wenn er jetzt nicht irgendwie Montana Black oder irgendwelche MrBeast oder sonst was, irgendwelche supergroßen Influencer dieses Wort erklären würden den Leuten. Ich glaube, dann würde es sehr, sehr lange und auch sehr schwierig werden, da wieder einen ordentlichen Begriff zu etablieren, der sozusagen die Technologie auch wieder in ein positives Licht einfach rückt. Oder ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, ich sehe das genauso. Wie gesagt, das passt gerade gut, weil ich, wie gesagt, da jetzt gerade mich in der Thematik echt jetzt aufgrund dieser Creator League echt tief nochmal reingegangen bin und der CEO von Coinbase und noch ein anderer Experte haben dazu halt gesagt, es muss, glaube ich, in diesem Bereich einfach so the next big thing, wie bei Apple geben. Apple hat es damals geschafft mit dem iPhone, den iPod, Musik, Internet und Mobilfunk in einem Gerät zu bringen. Ja? Jetzt fragt mal, 99% der Leute da draußen, wie das Ganze funktioniert. Das wird dir keiner erklären, aber jeder benutzt es. Jeder benutzt es, weil es einfach funktioniert. Und ich glaube, das werden wir einfach auch dann in Zukunft sehen. Es wird irgendwann funktionieren, das Ganze. Aber, dass wir da ein Wort vielleicht dafür haben, das ist, wenn ich überlege, das Internet, keiner sagt mir heute, ich gehe jetzt surfen. Vor 20 Jahren haben wir noch gesagt, wir gehen surfen oder ich gehe ins World Wide Web. Das sagt keiner mehr. Du bist heute im Internet. Du sagst nicht mehr, ich gehe jetzt ins Internet oder so, sondern du machst dein Handy auf und bist mit im Internet drinnen. Aber es sagt keiner mehr. Und ich glaube, das kommt in Zukunft einfach dann auch mit dieser Technologie, dass keiner sagt, ich hole mir jetzt ein NFT oder ich hole mir jetzt einen Diko, sondern das wird einfach in Zukunft, wie du gehst in eine Buchhandlung, ich will mir ein Buch holen. Da sagt keiner, oh, ich will jetzt dieses physische Sammlerstück haben, sondern du sagst, ich hole mir jetzt ein Buch oder hole mir jetzt keine Ahnung was. Und das, glaube ich, wird dann auch in der digitalen Welt irgendwann so sein. Ja, aber ich denke, bis dort haben wir, glaube ich, noch einen recht langen Weg zu beschreiten. Auch noch mal mit vielen Wellen wahrscheinlich des Widerstands von der Masse der Gesellschaft, die halt teilweise entweder komplett leider fehlinformiert sind oder halt generell einfach Sachen ablehnen. Ich meine, ich war da leider noch nicht auf der Welt, aber bevor das Internet ja so richtig publik geworden ist, haben ja auch viele das Internet abgelehnt und haben gesagt, hey, was soll ich damit? Also jede Technologie braucht auch irgendwo eine gewisse Zeit, bis sie auch Anschluss in der Gesellschaft gefunden hat. Und ich denke auch, dass wenn halt irgendwie in zehn Jahren, wenn da halt die Blockchain für irgendwie so ein Ticketsystem wie eine Creator Leech oder sowas dann halt benutzt wird, ich glaube, dann wird das auch keinen mehr jucken. Aber bis diese Zeit halt ist, muss man halt auf jeden Fall noch muss man noch ein bisschen warten, würde ich sagen. Aber ich meine, das lässt auch viel Zeit einfach den anderen Projekten insgesamt im NFT Space zu wachsen, zu lernen, aus Fehlern einfach halt auch viele gute Schlüsse zu ziehen und die Projekte halt so gut zu optimieren, dass du halt irgendwann sagen kannst, okay, in fünf bis zehn Jahren hast du echt überwiegend auch wirklich gute Projekte auf dem Markt, die auch wirklich einen Use Case haben und es nicht zu 99,9% Scams sind oder sowas. Also genau und da bringst du es eigentlich auf den Punkt, diese Zeit, die man jetzt hat, die ist gar nicht so verkehrt, denn vor einem Jahr war alles schnell, 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 schnell. Man musste eigentlich schnell sein, so schnell ging es eigentlich gar nicht und jetzt ist es tatsächlich so, du hast, also es gibt, das ist gerade schon eigentlich so fast der Punkt, wo man sagt, es ist eigentlich schon fast zu ruhig, weil das wirklich schon ein Problem ist, irgendwie ansatzweise Leute zu erreichen. Aber es ist genau der Grund, warum ich quasi jetzt gerade zwei Unternehmen gegründet habe und zusätzlich einmal All-In-NFT vor der Zeit, was quasi so mein Marketing-Medien-Bereich ist, wo wir Leute unterstützen, die vielleicht Projekte bringen wollen, weil wir so tief drin sind. Ich habe zwei Mitgründer und halt 7Art.io und das ist eine Kunstplattform, weil Kunst ist für mich eigentlich so auch dieses Beispiel, wo du einfach sagst, ey, du hast einfach Bilder, die du in die digitale Welt bringst und dann als Echtheit-Nachweis auf der Blockchain hast. Und das ist gerade so eine Plattform, die ich jetzt auch Ende September launche mit dem Unternehmen und wo wir dann einfach Künstler leicht onboarden wollen, die sich mit der Technologie groß nicht auseinandersetzen müssen, sondern einfach das Ding benutzen können, die Technologie, die Praktikabilität und ihre Bilder, die sie haben, die sie auf Instagram oder so posten, quasi als Kollektion, wie sie es als Print oder so präsentieren, rausbringen können. Und das ist das, wie du es eigentlich gut sagst. Man hat gerade die Möglichkeit zu bauen und bis irgendwie der nächste Bullrun oder irgendwas kommt, wo das akzeptiert wird, ist es wahrscheinlich, auch wenn ich es gern anders hätte, wenn ich es immer gerne, dann ist es schön, wenn immer der Optimismus und die Euphorie immer gleichzeitig dabei ist, aber so lange wird es, glaube ich, nur ein bisschen dauern. Absolut. Und man muss auch ganz klar sagen, auch das Thema Künstler ist ein echt sehr, sehr interessantes und spannendes Thema, weil ich meine, es gibt so viele kleine Künstler, die zum Beispiel über Dritte oder noch Zwischenmänner dann durch Produktion und super viel einfach dann halt auch einfach ein Geld verlieren für die Kunst, die sie halt auch eigentlich produziert haben. Also eigentlich im Interesse jedes Künstlers kann man, wenn man digital aus Sachen rausbringen möchte, außer man ist jetzt wirklich der rein physische Künstler, dann kann man da wirklich auch, sage ich jetzt mal so, für das, was man sozusagen auch leistet, wirklich entlohnt werden. Weil dann hast du irgendwie Verpackungen, die gemacht werden müssen oder was gedruckt werden muss und dann will der noch Lieferkosten und so weiter und so fort. Und so hast du halt einfach wirklich das Ganze über die Blockchain, bekommst vielleicht sogar noch Royalty Fees für dein Leben lang so ungefähr. Also für jeden Künstler eigentlich extrem profitabel und deswegen bin ich auch bis jetzt echt relativ überrascht, wie wenig Künstler das eigentlich nutzen, aber nutzen könnten. Was man aber auch sieht, ist Nutzen, also jedenfalls bei Vivi gibt es auch mittlerweile echt relativ viele Künstler, die da auch mitmachen, wo man wirklich sagen muss, die machen geile, wirklich, wirklich coole Projekte, auch teilweise und tolle Statuen, die man nutzen kann. Also es geht auf jeden Fall voran, aber wie wir schon besprochen haben, das braucht auf jeden Fall noch seine Zeit und bis dahin kann man bauen und entwickeln und ich glaube, das ist auch erst mal sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also du hast es eigentlich schon richtig gesagt, ich mache ja im Rahmen dieses Launches von der Plattform, die wir jetzt haben, mache ich wieder ein NFT-Projekt, also ich habe schon mehrere NFT-Projekte jetzt selbst auf die Beine gestellt oder begleitet und da machen wir das quasi mit sieben Künstlern. Die sieben ist bei mir so, habe ich ja gehört bei dir auch, ist so ein kleines Spiel bei mir beziehungsweise begleitet mich mein Leben lang, ist meine Glückszahl und wir machen quasi jetzt ein Art-Projekt mit sieben Künstlern, die teilweise Sony Ambassadors sind, also von Sony kuratiert sind und die spreche ich an und ja, habe ich mal von gehört, aber boah, nee, nie mit beschäftigt oder so. Zwar interessant, aber keine Zeit und zu viel Technologie, ist zu viel Aufwand, sich damit zu beschäftigen und da habe ich gemerkt, okay, das Interesse ist da, die haben mal davon gehört und jetzt sowieso gerade jetzt vielleicht eher wieder ein bisschen Abstand bei zu wenig Nachfrage oder zu große Probleme, aber die haben schon Bock darauf, das merke ich so, weil die sind ja in der digitalen Welt schon eigentlich, wie du es gerade sagst, so für jemanden, der in der physischen Welt nur physischere Gegenstände, das ist ja auch einzigartig, das ist ja gut, aber beispielsweise einfach so ein Künstler, mit dem ich jetzt, der das mit mir macht, der hat einfach gesagt, so ey, ich finde das einfach nur interessant, weil, wenn einfach nur meine Leute, die meine Kunst kaufen, meine Fotos und so, einfach sagen, ey, ich würde das gerne zusätzlich digital haben, mit einem Echtheitennachweis oder so, dann bietet das einfach eine neue Möglichkeit, auch von Monetarisierung und aber auch ein neues Sammlereffekt, weil ich eine Wallet habe, weil ich was sammeln kann, weil ich den Nachweis habe und das ist einfach ganz cool und ich glaube, das ist so, auch wenn es wie gesagt einfach noch dauert, aber Kunst ist schon mal dieser Bereich, neben Gaming, Gaming bin ich ganz, ganz, ganz bullish drauf, muss ich sagen, einfach so die Bereiche, wo ich sage, so bevor irgendwann dann Bürokratie und das, was uns jetzt eigentlich nicht so interessiert, was dann wirklich so schleichend kommt, aber ja, ist das glaube ich so eine Sache, wo ich sage, so brauchen wir. Absolut und ich finde es für Kunstwerke auch super interessant, weil du hast einfach diesen Effekt, du kannst es halt, du hast es dann komplett digital und es hat halt auch keinen, also es geht einfach nicht kaputt, also du wirst dir jetzt keine Sorgen machen, oh mein Haus ist abgefackelt oder sowas, worst case, hoffen wir mal nicht, aber dann sind deine ganzen Kunstwerke, die du physisch hast, halt alle weg, so. Hast du deinen Key dann irgendwie halt auf eine Stahlplatte oder sowas halt gemacht oder noch mit rausgerettet, dann ist alles fein, dann kannst du dein Wallet gehen, kannst du das alles wieder herstellen, alles schick, so ne, es ist halt alles dann einfach auf deiner Wallet liegend und du musst dir auch keine Sorgen machen, dass es halt irgendwie verblasst oder sowas, also das sind halt so Sachen für mich, wo ich sage, das liebe ich einfach daran, weil ich mir keine Sorgen oder Gedanken darum machen muss, dass das in irgendeiner Weise, ja, sag ich jetzt mal so, vom Aussehen oder von der gesamten Struktur halt einfach irgendwie schlechter wird, also, ne, ich hab das, ich hab bei meinen Comics zum Beispiel, da muss ich mir schon irgendwo Sorgen machen, okay, wie behandle ich die in den NFTs? Ich wollte es gerade erwähnen, weil ich tatsächlich jetzt die Woche auf ein Projekt aufmerksam gemacht habe, das nennt sich Cortia.io, für alle, die mal ein neues Projekt kennenlernen, Cortia.io mit C, ne, wenn die Nachfrage ist, gerne einfach mich mal anfangen im Discord oder so, ne, und, ich weiß nicht, hast du die Pokémon-Sammelzeit damals mitgemacht? So, mitgemacht oder nicht? Ich sag dir ehrlich, also Pokémon bin ich komplett raus, ich hab damals sehr, sehr viel Star Wars Karten und auch Magitek, also Fußballkarten gesammelt und jetzt mittlerweile fange ich jetzt gerade auch wieder an, sehr viel Locana-Karten zu sammeln, ich weiß nicht, ob dir das Projekt was sagt, aber... Ne, das sagt mir gar nichts, aber ich wollte einfach auch nur sagen, aber das ist ja auch ein gutes Beispiel einfach, so, wenn ich überlege, was so Karten heute wert sind, wir hatten ja vor ein paar Jahren diese YouTube-Twitch-Phase, wo dann diese ganzen Boxen aufgemacht wurden, wo dann Leute, ne, dann dafür 30.000 Euro ausgegeben haben und jeder ist in sein Zimmer gerannt und hat geschaut, ob er noch irgendwie eine seltene Karte von früher hat und dann gibt's ja diese Ratings, die ist noch so und so gut, so und so gut und bei NFTs, digitalen Sachen, hast du das Problem nicht. Du hast einmal den Nachweis, dass das von der und der Zeit ist, dass das ein Original ist, ja, dass das wirklich Original ist und hat keine Abnutzungserscheinung, ja, sondern es kann in 20 Jahren immer noch das von der Erscheinung sein, wie es dann vor 20 Jahren gewesen ist und heute und das finde ich halt mega cool und Corti Yard macht das jetzt gerade so, sie haben quasi die Pokémon-Karten und bieten die jetzt noch mal 1 zu 1 digital an. Also das ist noch ganz frisch, die haben jetzt gestern, heute kommt glaube ich die zweite raus, 100 Karten rausgestellt, wo man dann quasi die von denen quasi ordern kann, die sind gegradet und dann hat man quasi die dann vor Ort und kriegt dann das digitale Nachweis, kann dann überlegen, ob man das bei denen belässt, die schließen das dann bei sich ein, wo nichts damit passiert und man kriegt dann das digitale NFT als Nachweis, dass man das dann hat und kann das dann entweder einlösen, dann kriegt man das nach Hause geschickt oder man sagt, ey, sorgt ihr für die Sicherung, ich habe hier meinen digitalen Nachweis, wenn ich in zehn Jahren zu euch komme und ich will die Dinger verkaufen nochmal auf dem Marktplatz, dann ist das das und das wert und da sind wir bei dem Thema, die waren für 49,99, waren die erhältlich, die waren auch, also man wusste nicht, was man bekommt, nach 24 Stunden wurden die aufgedeckt, also man konnte ein seltenes bekommen, nicht, also typisch Pokémon-Karten halt und ja, wie es immer so ist, jetzt sind die auch irgendwie doppelt oder dreifach so viel wert, also wer da mal Interesse hat, neues Projekt zu entdecken, auch ein bisschen zu sammeln, CortiYard.io bin ich jetzt die Woche darauf gestoßen, finde ich ganz cool, einfach die Umstellung. Hört sich mega spannend, hast du noch so zwei Projekte, wo du so sagst, okay, hey, die findest du gerade recht interessant und spannend, wo du sagen kannst, beschäftigt euch vielleicht mal damit oder schaut bei mir auf dem Channel vorbei, habt dazu schon ein Video gemacht. Also wie gesagt, CortiYard.io ist jetzt relativ das, was ich aufmerksam geworden bin, ansonsten ist es schwierig, also da sind wir wieder so bei den Marken, so Mercedes hat zum Beispiel jetzt gerade einen neuen NFT wieder rausgebracht, da konnte man dann quasi was einlösen, ansonsten ist schwierig, das Ding ist ja auch, viele NFT-Projekte, so wie Bot Apes oder, also ich muss ehrlich sagen, so Bullish oder was ich richtig, richtig geil finde, ist wirklich an die Mocha-Brands aktuell, weil das erstens eine Brand mittlerweile ist, die so viel, also Marken beinhaltet, mit denen sie zusammenarbeiten, was sie bieten, sie haben ein eigenes Mocha-Verse mittlerweile mit NFTs rausgebracht, 10.000 Stück, wo du einmal Gamification mit dabei hast, jetzt gerade ist das so, also um das nur mal kurz darzustellen, man kann alle 24 Stunden ein Loch graben und da kann man ein Relikt finden, man kann eine Truhe finden und dort ist möglicherweise ein anderer NFT noch versteckt, ja bestenfalls, ja und am bestenfalls sogar ein Board Ape, also für, da sind wir wieder für 20.000, 50.000 Euro, die kann man finden, aber was ich einfach sagen will, man merkt, du hast einmal ein NFT-Projekt, was Gamification mit reinbringt, sie machen irgendwie noch Classes, also Lernerfahrung, du hast eine Community, mit der du dich auseinandersetzt, so das macht mich gerade einfach, also da passiert so viel und es gibt so viele Sachen und ich glaube einfach so der größte Tipp und deswegen finde ich das eigentlich geil, was du machst und vielleicht geht es da auch irgendwann langfristig bei mir so hin, wenn ich das noch, also immer so weitermache, dass man irgendwie sich auf eine Sache spezialisiert, sich für eine Sache interessiert, darüber berichtet oder sich damit auseinandersetzt, weil es passiert so viel, klar, du wirst immer Leute haben, wie mich, die alles mitbekommen wollen, weil sie immer geupdatet werden bleiben wollen und das mitbekommen wollen, aber die meisten Leute wollen ja irgendwie was finden, was sie cool finden und dabei so bleiben, was sammeln, du hast gerade gesagt, du hast deine Karten gesammelt, ich habe dann Pokémon-Karten gesammelt und wenn ich aber tief Pokémon-Karten gesammelt habe, habe ich aber keine Zeit gehabt, vielleicht in dem Rahmen auch alle Yu-Gi-Oh! Karten zu sammeln, weil das war too much so und das ist einfach so das, was ich glaube einfach in Zukunft auch wieder so sein wird, jeder wird so seine ein, zwei Sachen haben, was er cool findet, wo er vielleicht auch bei Kunst bestes Beispiel, der eine findet dann Pixel-Art cool, der andere findet die typische Fotokunst cool, da wird jeder so seine Nische finden, aber das ist ja so das Schöne und in dieser Welt finde ich einfach, es gibt einfach so viel und du kommst heutzutage in dieser digitalen Welt viel leichter ran als früher. Absolut und das kann ich auch nur so unterschreiben und ich bin auch immer so, dass ich mir denke, okay gut, ich bin halt ein absoluter Fan, was Vivi angeht. Es gibt manche Leute, die sind dann totale Fans, was zum Beispiel nur DC Comics oder sowas angeht oder sonst was oder was Projekte, wie du jetzt vorgestellt hast. Das ist auch völlig in Ordnung so. Also ich finde, das ist super nice, dass es halt diese Möglichkeiten gibt. Man muss halt momentan, finde ich, noch relativ vorsichtig sein, weil es immer wieder doch auf jeden Fall Projekte gibt, die halt dann auch Scams einfach noch sind, aber es wird immer seriöser, habe ich auch das Gefühl. Also viele Sachen wurden jetzt auch so mit dem Bärenmarkt rausgewaschen, habe ich das Gefühl, viele Projekte, es ist jetzt einfach nicht mehr so, das Geld zu machen wie im Bullrun. Dementsprechend sind einfach weniger Leute auch da, die dich abziehen wollen, weil halt einfach weniger Geld A ist im Markt und das finde ich einfach super. Ich bin sehr gespannt, wie es im nächsten Bullrun wird, ob wir da wieder so viele Scams sehen werden, wie im letzten oder ob es besser werden wird, aber wir werden definitiv deutlich mehr und deutlich, wie soll man sagen, qualitativere Produkte oder auch NFT-Projekte einfach aussehen. Da freue ich mich persönlich extrem drauf und deswegen, ja, schau da auf jeden Fall. Was ich auch glaube und ich glaube, dann wird auch so diese Akzeptanz und das Vertrauen größer, was wir jetzt gerade so zum Beispiel sehen. Ich weiß nicht, kennst du Mattel? Mattel so von Hot Wheels früher? Die haben ja auch relativ früh den Einstieg gemacht und bringen ja quasi ihre Hot Wheels, ihre neu raus. Einmal neu und alte und die in digitaler Form, also die NFT ist Digital Collectibles und die machen das mittlerweile nicht einfach über eine klassische OpenSea-Seite oder irgendwie wo, sondern die machen das über ihre eigene Hauptseite. Du gehst auf Mattel und kennst die Seite, bist da Kunde oder so und kannst dir dann da die neuen Digital Collectibles und wenn du Mattel geil findest, weil du einfach Hot Wheels liebst und du bist damit aufgewachsen oder dein Kind kauft sich jetzt oder du schenkst deinem Kind das Auto und dann kriegst du automatisch noch das Digitale dazu, so das glaube ich einfach wird so kommen. Auch, wie heißen diese kleinen Figuren? Ich kriege sie jeden Tag eigentlich diese mit den großen Köpfen, diese Sammel, diese auch physisch, die man sammeln kann. Pops, Pops, wie heißen die nochmal? Ja, Pops heißen die glaube ich, genau. Ja, ne? Pops, ja, genau. Ah, genau. Und die gibt es ja auch in dieser physischen Form, immer wenn da neue Filme oder so rauskommen als Star Wars und sowas alles und das gibt es mittlerweile auch auf deren Seite, dass du die digital sammeln kannst. Also für alle, die sammeln wollen, das Pops hat es mittlerweile auch. Da gibt es Star Wars Sachen, die haben schon richtig, richtig viel. Star Wars, dann hier Avengers und sowas alles, also mega, mega cool. Das meine ich halt, das glaube ich irgendwann, dass jede eigene Brand, Marke, das über ihre eigene Seite publiziert und wenn das Ganze mehr Anerkennung findet, dann wissen die Leute auch damit umzugehen, gehen einfach auf die Brandseite, Adidas, Puma und dann brauchst du auch nicht mehr auf diese Scam-Seiten. Dann haben wir unsere Discord-Community, wo du dann dich austauschst, aber Discord ist jetzt auch nicht das, wo der Main-Typ nicht techy reingeht, wo er dann schauen muss, okay, hier ist offizielle Links und dann schreibt dich einer bei Discord an, geh mal auf den Link hier, nein, dann kriegst du von Adidas irgendwann die Nachricht oder so, hier ist ein neues Produkt, das ist digital, was weiß ich und dann ist das legit so. Also das ist schon, ja, ich denke mal, das wird einfach so dann, das ist das, was ich meine, der Übergang wird einfach irgendwie so sein, dass keiner mehr mitbekommt, aber dann wird das Angebot dann einfach da sein. Mega spannend, sage ich dir ganz ehrlich, deswegen schaut auf jeden Fall wirklich bei ihm auf dem Channel vorbei. Du hast es jetzt angesprochen, ich denke mal, du hast auch schon über die Projekte teilweise gesprochen, Ja, genau, also das ist immer so, das meine ich ja, wenn mal ein neuer Drop oder so ist, bei Pops, ich hoffe, das stimmt jetzt auch, aber, oder bei Mattel halt, also alles so Projekte, die bei uns besprochen werden, das kannst du gar nicht alles mitbekommen, manchmal kommt dann bei uns einer auf den Channel, weil er den Podcast gerne hört oder so, das ist eigentlich die größte Anlaufstelle, weil du mich jeden Morgen, von Montags bis Freitags, um 5 Uhr morgens, auf dem Weg zur Arbeit hören kannst, 15 Minuten, und dann kommen die Leute auch gerne mal in Discord, die dann einen Discord haben oder so, und fragen, dann habt ihr davon gehört, und das ist dann schon wieder was komplett Neues, und da muss man sich dann auch irgendwie mal wieder reinlesen, ist ja auch bei mir so, das ist so, ich kann das ja verstehen, wenn ich dann so, also ich kriege ja dann oft so die Fragen, hast du das gehört, hast du das gehört, hast du das gehört, wo hast du das gehört, wo ich denke, ich kriege wirklich viel mit, also wirklich viel, weil ich das machen muss, so gefühlt, nur mich auch interessiert, aber alles so, also freut mich, wenn die Leute das glauben, das ist ja auch gar nicht schlimm, aber alles kriege ich auch nicht mit, so zum Beispiel jetzt Vivi, das beste Beispiel, wenn wir jetzt gleich auf dich kommen, ist einfach so ein Beispiel, da bin ich null mit drinne, ich habe davon gehört, habe mich damit auch mal beschäftigt, habe auch die Apps sogar, glaube ich, drauf, wenn mich davon auch mal ein paar angesprochen haben, habe glaube ich auch einen Account oder so, und auch mal, ich weiß gar nicht, ob ich was drauf habe, muss ich mal schauen, aber das ist so dann, wo ich mir dachte, einfach, dass ich das komplett verfolge, einfach too much, so ne. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle, wir sind jetzt auch schon wieder relativ lange mit dabei hier, und dementsprechend, um das Ganze jetzt nicht zu lange zu machen, würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle jedenfalls für den Part von Sebastian, einen Cut, wenn ihr aber da draußen sehr gerne nochmal mehr von uns einfach auch zusammen sehen oder hören wollt, dann schreibt das auf jeden Fall uns sehr gerne in die Kommentare, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf, und dann machen wir vielleicht auch nochmal einen zweiten Part, wo ich dir einfach nochmal ein paar Fragen stelle, beziehungsweise wir einfach nochmal so ein bisschen in, ja, eine andere Bubble eintauchen, würde mich jedenfalls sehr, sehr freuen, ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall Sebastian, dass du heute Abend hier bei mir da warst, und, ja, freue mich auf jeden Fall auf das. Ja, ich sage auch danke dafür, hat mir sehr viel Spaß gemacht, und ich mag es halt auch wirklich, das ist ja das, was ich meine, mal so vom Tellerrand hinaus zu schauen, einfach so auch mit dir zu reden, auch mit einem, der nicht überall immer alles mitkriegt, und dann auch so wieder die Erfahrung zu kriegen, okay, slowly, so, das ist nicht alles immer, nicht jeder weiß immer direkt, wovon man redet, und das hat mir, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen, ähm, tat echt gut, und ich freue mich, oder würde mich wirklich freuen, wenn wir das Ganze nochmal wiederholen, ich hoffe, das hat auch den Leuten, den Zuschauern gefallen, und ja, wenn die Nachfrage da ist, gerne wieder, und ich bedanke mich für das Gespräch, und dir auf jeden Fall alles Gute, und viel Spaß weiterhin. Ja, vielen Dank, ich wünsche auf jeden Fall jetzt auch noch einen schönen Tag, und an die Zuschauer auf jeden Fall auch, wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittagabend, und bis dann, euer Captain, Ciao, Ciao.